Unter Ausschluss der Öffentlichkeit Ursula Carven soll sich getraut haben Erst vor wenigen Tagen wird die überraschende Verlobung bekannt und nun soll sich Ursula Carven, 56, schon getraut haben. Laut einem Bericht der Bild-Zeitung soll die Schauspielerin Klammheimlich geheiratet haben. Die Hochzeitsglocken für den TV-Star und ihren unbekannten Liebsten sollen auf der griechischen Insel Hydra, 65 Kilometer südwestlich von Athen, geläutet haben. Streng geheime Hochzeit Über den neuen Mann und nun vermeintlichen Ehemann der Schauspielerin ist nicht viel bekannt. Lediglich, dass er ein erfolgreicher Manager eines multinationalen Lebensmittelherstellers sein soll. Das Mysterium um seine Identität dürfte sich auch so schnell nicht ändern. Zumindest wenn man aus dem Ablauf der Hochzeit Schlüsse zieht. Bei der Secret Wedding soll Geheimhaltung das höchste Gebot gewesen sein. Laut Bildinformationen sollen die Hochzeitsgäste ihr Handy abgegeben haben, denn es herrschte ein striktes Social-Media- und Fotoverbot. Eins steht fest. So dürfte die Schauspielerin, die sich zuletzt gegen sexuelle Belästigung im Job stark machte, ihren besonderen Tag voll und ganz genossen haben.